Hallo, mein Name ist Moritz Kirchner. Ich bin der Autor des Klo-Psychologen, des Buches, welches jetzt bei Ullstein erschienen ist. Und ich freue mich sehr, euch dieses Buch heute präsentieren zu können. In dem Buch geht es darum, dass ihr ganz aktuell die Psychologie tatsächlich in ihrer Breite verstehen könnt, dass ihr einen Einblick bekommt in diese faszinierende Wissenschaft, in der es um das Erleben, Verhalten und Bewusstsein von Menschen geht. Und ich kann euch eines dazu sagen, das Buch war das, was mir echt in dieser Krise sehr geholfen hat, denn ich hatte schlichtweg Zeit, es zu schreiben. Und es ist jetzt erschienen. Und das Buch ist der Nachfolger des Klo-Philosophen. Das heißt auch eines Buches, wo es darum ging, in eine Wissenschaft humorvoll und verständlich einzuführen. Und dort, wo es hieß, im Klo-Philosophen, in 100 Sitzungen zum Klugscheißer, geht es jetzt darum, in 100 Sitzungen zum Seelenklempner zu werden und die gesamte Bandbreite der Psychologie abzudecken. Und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, sieben Minuten am Tag sitzen wir auf dem Klo. Wenn man das mal so hoch rechnet, so für das gesamte Leben, ein Jahr und sieben Monate, die Zeit, die will auch produktiv genutzt werden. Und genau dafür ist dieses Buch da. Denn es geht eben darum, wirklich in verdaulichen Portionen sich der Gesamtheit der Psychologie anzunähern. Der Persönlichkeit. Ja, also was macht uns Menschen unsere Persönlichkeit, unser Charakter aus? Der Motivation, was treibt uns an? Aber zum Beispiel auch die Sozialpsychologie. Wie passiert die Interaktion zwischen Menschen? Und genau hier euch so eine Lesart reinzugeben, auch wirklich die spannenden Sachen rauszusuchen, das ist das Ziel genau des Klo-Psychologen. Und in diesem Sinne möchte ich euch gleich einen Einblick geben in eine der grundlegenden Theorien der Persönlichkeit, nämlich die Theorie der großen Fünf der Persönlichkeit. Sie funktioniert wie folgt. Wir haben einerseits sehr ängstliche Menschen, andererseits Menschen, die sind emotional sehr stabil. Dann haben wir Leute, die sind extrovertiert, das heißt gesellig, gehen stark nach außen. Leute, die sind introvertiert, brauchen also weniger die anderen. Es gehen aber dafür mehr in die Tiefe. Leute, die sind sehr verträglich, das heißt sehr nett und freundlich, wollen es anderen Leuten stark recht machen und Leute, die eher egoistisch sind. Dann haben wir Leute, die sind sehr gewissenhaft, ordentlich strukturiert, diszipliniert. Wir nennen das intern scherzhaft die Preußen-Skala und Leute, die eher gewissenlos sind. Und jetzt kommt der Fünfte und das möchte ich euch präsentieren. Sie heißt Offenheit für neue Erfahrung versus Konservatismus. Eine der großen fünf Eigenschaften der Persönlichkeitspsychologie und dementscheidend lautet Kapitel 21 des Kloppsychologen Offenheit für neue Erfahrung und das ist wortwörtlich zu verstehen. Die Offenheit für neue Erfahrung beschreibt den starken Wunsch, neue Ideen, Eindrücke, Erlebnisse, Orte, Speisen, Drogen und Menschen kennenzulernen. Ihr Gegenteil ist der Konservatismus. Eine hohe Offenheit für neue Erfahrung hängt also folgerichtig mit vielen Reisen, mehr biografischen Umwegen, erhöhtem Drogenkonsum und höheren Scheidungsraten zusammen. Oft haben diese Leute, die eine hohe Offenheit für neue Erfahrung haben, ein reichhaltiges Gefühls- und Fantasieleben und lassen andere daran gern auch teilhaben. Persönliche Anmerkungen gern auch ungefragt. Eines aber lässt sich ganz sicher sagen. Menschen, die eine hohe Offenheit für neue Erfahrungen haben, für ein sehr reichhaltiges und intensives Leben aber nicht unbedingt das längste. Demgegenüber haben konservative Menschen einfach eine Präferenz für Bewertes, wollen keine Veränderung und wollen nicht ständig neue Eindrücke. Helmut Kohl, 30 Jahre am Stück, jedes Jahr zum Wolfgangsee, ist wirklich ein Paradebeispiel für jemanden mit einem hohen Maß an Konservatismus. Und wenn wir das Ganze mal in der Perspektivübernahme uns betrachten, Menschen mit hoher Offenheit für neue Erfahrungen sehen Konservative als langweilige Spießer, die wiederum sehen die Menschen mit hoher Offenheit für neue Erfahrungen als Träumer und Spinner. Und im Prinzip liegt hier ein ganz klarer Zielkonflikt vor. Und dieser Zielkonflikt, der lässt sich in einem Satz zusammenfassen. Wer für alles offen ist, ist nicht ganz dicht. Die Frage ist, was meint das? Diejenigen, die ganz viele Eindrücke haben, die ganz viele Erlebnisse an sich ranlassen, die sind ja tatsächlich offen, aber es sind so viele Eindrücke, dass die Frage ist, wer sind sie? Das führt häufig zu einer diffusen Identität. Demgegenüber haben Leute, die konservativ sind, die haben damit keine Probleme. Sie wissen genau, wer sie sind, was sie wollen und vor allem, was sie nicht wollen. Und deswegen sind sie auch grundlegend geerdet. Was ich euch damit aufzeigen möchte, ist. Und das ist auch ganz wichtig als Botschaft. Man kann jetzt nicht sagen, die Eigenschaft ist gut und die ist schlecht. Sondern jede Ausprägung hat eben Vor- und Nachteile und es kommt immer ganz stark auf die Situation. Aber es ist wichtig, diese jeweiligen Vor- und Nachteile zu kennen und im Übrigen sich da auch selber stärker zu reflektieren. Denn das ist auch eine der Grunderkenntnisse der Psychologie. Ich muss mich erst mal selber besser verstehen, um andere gut zu verstehen. Oder anders gesagt, Selbsterkenntnis setzt Fremderkenntnis voraus. Und das Schöne am Globpsychologen ist, er liefert beides. Und was er ebenfalls macht, und deswegen habe ich euch ein weiteres Kapitel rausgesucht. Es geht darum, Klassiker-Theorien auch noch mal neu zu lesen. Ja, sie natürlich wieder verständlich und humorvoll zu machen, aber schon hinter die Theorie zu gucken und durchaus auch zu verstehen, was man daran auch diskutieren kann. Und genau in diesem Sinne kommt jetzt Kapitel 32, die Bedürfnispyramide nach Erdem-Mersow. Die in den 1950er Jahren begründete Bedürfnispyramide nach Maslow ist ein absoluter Klassiker und darf in keine Einführung der Psychologie fehlen. Also auch nicht im Globpsychologen. Und sagen wir es mal so, die ist bei Praktikerinnen und Praktikern deutlich beliebter als in der Wissenschaft. Im Prinzip ist Maslow's Bedürfnispyramide die komplexere Version von Berthold Brechts berühmtem Satz, erst kommt das Fressen und dann die Moral. Was sagt diese Theorie? Wir haben ganz unten die körperlichen Bedürfnisse. Essen, Durst, Schlaf, Kleidung. Dann kommt das Bedürfnis nach Sicherheit. Das heißt, wir wollen einfach keine Gefahr verspüren, uns auch irgendwie eingebettet fühlen und auch wissen, dass es uns gut geht. Dann kommen die Bedürfnisse nach Sozialität, auch nach Austausch mit anderen. Dann kommt das Bedürfnis nach persönlicher Anerkennung. Und ganz oben steht das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung. Und was jetzt die Bedürfnispyramide sagt, ist folgendes. Erst wenn die unteren Stufen erfüllt sind, dann kann ich auf die übergeordnete Stufe gehen und nicht vorher. Und wenn das stimmt und es ist zwar wissenschaftlich umstritten, aber in der Praxis kann man ganz gut arbeiten, dann kann man damit folgendes Phänomen ganz einfach erklären. Stellt euch vor, ihr habt das romantischste Date der Welt und ihr könnt es nicht genießen, weil ihr kacken müsst. Weil es wäre so schön, ihr müsst halt einfach kacken. Das heißt, das Bedürfnis auf Stufe 1 sorgt dafür, dass Bedürfnis auf Stufe 4, möglicherweise sogar 5, nicht realisiert werden kann. Und wenn es bei der Kohle hakt, bei der Wertschätzung oder wenn man einfach Leute hat, mit denen man kaum umgehen möchte, dann wird es schwierig, zum Beispiel sich selbst zu verwirklichen. Auch das lässt sich damit ganz wunderbar erklären. Aber es gibt auch eine Kritik an diesem Modell und die soll euch nicht vorenthalten werden. Es gibt Leute, für die stimmt exakt diese Reihenfolge so nicht. Und wir gehen davon aus, in diesem Modell, dass ganz oben die Selbstverwirklichung steht. Das aber ist etwas, das stimmt für manche Leute nicht. Die sehen sich nicht, die sehen nicht das Ziel des Lebens in der Selbstverwirklichung. Und gerade kollektivistische Kulturen in Asien zum Beispiel, die würden sagen, dass so etwas wie Harmonie oder Gemeinschaft ganz oben steht. Und genau deshalb wird daran kritisiert, dass es Ausdruck der Ethik westlicher Mittelschichten ist. Und das ist etwas, worüber sich auf jeden Fall nachzudenken lohnt. Was ich euch damit zeigen möchte. Es geht darum, natürlich zum einen das ganze wirklich verständlich und witzig zu machen, aber schon auch dahinter zu schauen. Das heißt auch, die Psychologie selbst zu reflektieren und auch tatsächlich zu überlegen, okay, was sind die Theorien, mit denen man wirklich sehr, sehr gut arbeiten kann. Und einer meiner absoluten Lieblingspsychologen, Kurt Lewin, hat mal einen schönen Satz gesagt. Er sagte, nichts ist praktischer als eine gute Theorie. Und genau deswegen werden euch ganz unterschiedliche Theorien hier an die Hand gegeben. Ihr lernt die Psychologie in ihrer ganzen Vielfalt kennen. Und, und damit möchte ich schließen, das Buch soll dazu dienen, dass eure Affektbilanz positiv wird. Was heißt Affektbilanz? Wie viele positive und eher negative Erlebnisse habe ich über den Tagesverlauf? Und ich bin wirklich optimistisch, dass die Lektüre des Kloppsychologen ein positives Erlebnis sein wird und dementsprechend eure Affektbilanz verbessert. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen und sage vielen Dank.